Eine große困 날 im Allgemeinen. Das Brot auf Deutsch ist der Kupf in Allgemeinen. Das Brot, das Brot, das Kupf. Das Weizenmal. Das Weizenmal. das Kupf Kokosan, das Kupf Kokosan, das Kupf Kokosan. Die Baguette Die Baguette Die Baguette Das Weiß Brot Das Weiß Brot Das Vollkornbrot Das Vollkornbrot Das Vlaadenbrot Die Tortilla Die Tortilla Das Brötchen, das Brötchen. Der Bagel, der Bagel. Sandwich, das Belegte Brötchen. Die Scheibe. Sandwich, das Sandwich, das Sandwich. 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 Vielen Dank.